Es wird auf jeden Fall vorgeschrieben, Mindestabstand 1,50 Meter pro Person und zwischen die Person. Sollte dieser nicht eingehalten werden, ist eine Mund-Nasen-Bedingung zu tragen. Ich wurde von dem netten Polizeibeamten, wo wir da rechts oder auch von eurer Sicht aus links sehen, wurde ich darauf hingewiesen, um gebeten den Verkehr nicht zu gefährden. Was eigentlich bei uns auch kein Problem ist, denke ich mal. Und ja, ich wollte noch bekannt geben, dass dies heute der letzte angemeldete Lauch von Weissach im Tal sein wird. Weil ich einfach keinen Lust habe, mich im Ordnungsamt aus dem Land zu setzen und von der Seite, ja weiß ich nicht wie. Boi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020